Hallo und herzlich willkommen auf Lurelta.de. Schauen wir uns nun an, wie die Zinsrechnung funktioniert. Und dazu müssen uns erstmal einige Grundbegriffe klar machen. Zum ersten, ja, man hat Geld und das möchte ich jetzt zur Bank bringen und dafür bekomme ich nach einer gewissen Zeit Zinsen. So viel ist das Prinzip. Es kann natürlich auch sein, dass ich von der Bank Geld leihen muss, vielleicht um ein Haus zu finanzieren oder ein Auto, dann muss ich der Bank noch zusätzlich Zinsen zahlen, dafür, dass ich mir von der Bank das Geld geliehen habe. Und dieses Geld, das man entweder einzahlt oder von der Bank geliehen bekommt, das nennt sich Kapital. Also das Geld, das man anlegt oder von der Bank leitet. Natürlich kann es auch sein, dass man von dem anderen als von der Bank Geld leitet und der auch Zinsen verlangt. Dann hast du natürlich auch das gleiche Prinzip, da haben wir ja auch ein Kapital-Kar. Nun, jetzt ist die Frage natürlich, wie viele Zinsen bekommt man. Einfach die Zinsen, die man dann als Geld anbekommt, meistens nach einem Jahr, die nennen wir jetzt hier Z, abkürzt Z. Also das ist gerade das Geld, das man nach einem Jahr als Zinsen bekommt. Also noch zusätzlich zu dem Kapital, das man eingezahlt hat. Und die letzte Frage ist natürlich, ja, wie viel Prozent Zinsen gewährt einem die Bank? Also wie viel Prozent ist der Zinssatz? Das ist gerade der Prozentsatz, der auf das Kapital, das man hat, aufgeschlagen wird. Der Nützlichkeit halber rechne ich gerne diesen Prozentsatz P% dann in die Dezimalzahl um. Wenn zum Beispiel hier steht 3% Zinssatz, dann rechne ich das um, indem ich das Komma an zwei Stellen verschiebe, habe ich dann 0,03. Das brauche ich dann später, wenn ich dann mit Formeln rechnen muss. Okay, machen wir uns ein Beispiel. Wir legen Geld an, 1.500 Euro. Und die Bank sagt uns, okay, wir bekommen einen Zinssatz von 3%. Und natürlich dann die Frage, ja, wenn wir uns ein Jahr später das Geld wiederholen, ja, wie viel ist es angewachsen? Das heißt, wie hoch waren dann die Zinsen? Da die Bank meistens nach einem Jahr abrechnet, ist es sinnvoll, dass wir auch jetzt mal schauen, ja, wie viel ist es nach einem Jahr? Okay, wie rechne ich es aus? Ich mache einfach das Kapital K, das hier 1.500 Euro ist. Das heißt, als erstes, wenn ich es in der Aufgabe habe, schaue ich erst mal, was für die Buchstaben habe ich. Ich habe hier das Kapital K, das ist 1.500 Euro. So viel haben wir angelegt. Und nun habe ich natürlich auch den Zinssatz P%, nämlich 3%. Den rechne ich um. In den Dezimalsatz, das ist 0,03. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch sind die Zinsen? Das heißt, wir wollen das Z ausrechnen. Völlig logisch ist jetzt, dass wir einfach dieses Kapital K, 1.500 Euro, mal den Prozentsatz machen, und dann bekommen wir gerade raus, wie viel dazugekommen ist. Das heißt, ich mache das Kapital mal P, also 1.500 Euro, mal, und deswegen habe ich es gleich umgerechnet in eine Dezimalzahl, 0,03. Wenn ich das ausrechne, bekomme ich direkt 45 Euro. Das heißt, man hat nach einem Jahr 45 Euro Zinsen bekommen. Das neue Kapital, wenn ich jetzt das Geld nicht abhebe, sondern auf dem Konto zum Beispiel lasse, dann sind es 1.500 Euro plus 45 Euro. Also hätten wir jetzt neues Kapital, 1.545 Euro. Das ist die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel nach den Zinsen fragen. Jetzt könnte die Aufgabe auch nochmal anders sein. Es könnte sein, dass ich von der Bank vorgegeben habe, wir haben 3% der Zinssatz, für 3%. Und ich weiß nur, ich habe am Ende des Jahres auf mein Konto geschaut und habe gesehen, okay, jetzt kommen 75 Euro dazu. Also nach einem Jahr 75 Euro Zinsen. Und jetzt muss ich mich natürlich fragen, ja, wie viel Geld hatte ich am Anfang da? Wie hoch war also das Kapital? Das kann ich jetzt wieder mit unserem Buchstaben ausdrücken. Der Zinssatz von 3%, das heißt wieder P, 3% oder 0,03. Und ich weiß nun, ich habe Z, die Zinsen von 75 Euro. Was ich suche, ist gerade unser K. Nun jetzt überlege ich also, wie könnte ich mit dem Z und dem P gerade unser K rausbekommen. Das K muss viel größer sein als das Z. Ja, unser Kapital, das war ja noch durchaus eine staatliche Summe, in dem Fall, wir haben 75 Euro Zinsen bekommen. Okay, das kann ich jetzt machen. Z mal P, das wird nicht funktionieren, weil Z mal so eine kleine Zahl, die wird noch viel kleiner. Also rechne ich tatsächlich Z geteilt durch P. Wenn ich Z geteilt durch eine sehr kleine Zahl mache, würde ich eine sehr große Zahl rausbekommen. Das heißt, das Kapital K ist gerade Z durch P, setze ich wieder ein, das heißt in diesem Fall 75 Euro durch 0,03. Und wenn ich das nun ausrechne, wenn wir es nicht im Kopf hinbekommen, wenn wir den Taschenrechner zur Hilfe ziehen, ist das gerade 2.500 Euro. Das heißt, wir haben am Anfang dieses Jahres, nachdem wir die 75 Euro Zinsen bekommen haben, hatten wir am Anfang gerade 2.500 Euro auf dem Konto gehabt. Nun, nach dem Jahr haben wir natürlich 2.575 Euro. Diese Möglichkeit gibt es, jetzt könnte eine andere Möglichkeit sein, dass gefragt ist, wie hoch der Prozentsatz war. Stellen wir uns vor, wir haben jetzt 10.000 Euro in die Bank eingezahlt oder in den Konto, je nachdem, was wir heute haben. Und wissen, wir bekommen nach einem Jahr, sehen wir, wir haben 179 Euro Zinsen bekommen. Und nun, wir wissen ja, wie viel Prozent hat uns die Bank dann gegeben. Das heißt, wie hoch war der Zinsatz. Und jetzt schaue ich, was habe ich also? Ich habe das Kapital K, das sind 10.000 Euro. Und ich habe die Zinsen, die ich rausbekommen habe, Z. 179 Euro. Was ich suche, ist P. Und nun, hier kann ich vorgehen, wie ihr es zum Beispiel auch kennt, von den Häufigkeiten, relativen Häufigkeiten. Man nimmt einfach die Zahl, die wir haben, durch die Gesamtanzahl. Das heißt, in dem Fall 179 durch 10.000. Also das P ist Z durch K. 179 Euro durch 10.000. Somit ist auch klar, wir bekommen eine kleine Zahl raus. Schließlich wollen wir die an den Prozentumrechnen, also soll sie relativ klein sein. 179 durch 10.000, das ist 0,0179. Und das ungerechnete Prozent, setze ich das Komma um 2 nach rechts, also 1,79%. Das heißt, ich weiß, der Zinssatz war 1,79%, den uns die Band gewertet hat. Nun ist es jetzt ein bisschen umständlich, immer diese ganzen Formeln, die wir hier haben. K mal P, Z durch P, oder hier Z durch K, auswendig zu lernen. Deswegen haben wir eine kleine Merkhilfe, die wir in Form eines Dreiecks gestalten können. Und zwar zeige ich mir den Dreieck und dann werte ich einfach die Ergebnisse hier rein. Das heißt, hier oben kommt Z hin, hier kommt K hin und hier kommt P. Und jetzt gehe ich folgendermaßen vor. Ich möchte zum Beispiel Z haben. Dann decke ich das Z ab und schaue, was da steht. K mal P. Dann steht hier Z gleich K mal P. Wenn ich zum Beispiel das K möchte, decke ich das K ab, steht hier Z, dieser Strich hier ist ein Bruchstrich, Z geteilt durch P. K ist Z geteilt durch P. Und wenn ich das P möchte, teile ich das hier ab und jetzt sehe ich dann Z'K, also Z geteilt durch K. Genau das ist die Formel. So kann man sich von einem schlagen, wenn man sich nur das Dreieck merkt, diese drei Formeln merken. Schaut auch mal auf der Homepage www.lurella.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.